Voll utopisch! Die jungen Generationen von heute sind wahrscheinlich mehr denn je von großen globalen gesellschaftlichen Problemen betroffen oder bekommen das ganz viel mit und machen sich da auch, glaube ich, viele Gedanken drüber. Und unsere Idee war, dass wir eine positive Herangehensweise wählen. Wie man über die Zukunft nachdenken kann, also nicht darüber, was sind alles Probleme, sondern wie stellen wir uns eine gute Zukunft vor, für unsere Generation. Film ist einfach ein sehr, sehr schönes Medium, weil es den meisten Leuten Spaß macht. Es ist sehr nah an der Lebenswelt vom jungen Menschen dran, weil sie eben sehr viel mit Medien einfach auch im Alltag zu tun haben. Und es ist auch eine Möglichkeit, wo man relativ wenig Sprache braucht und trotzdem viel ausdrücken kann. Also am meisten Spaß macht mir zu sehen, was für Ideen die jungen Menschen mit sich bringen, was sie beschäftigt, wo Situationen sind, die sie irgendwie gerne bearbeiten möchten, besprechen möchten. Und diese extrem schöne Kreativität mit bestimmten Problemen umzugehen, ist total schön. Eines der Ziele dieses Projektes ist durchaus auch eine Sprachförderung der deutschen Sprache in dem Fall. Und Theaterpädagogik eignet sich einfach im Besonderen dafür, eben Dinge, wenn es sprachliche Herausforderungen gibt, Dinge nicht mit der Stimme ausdrücken zu müssen, sondern eben auch körperlich und durch Mimik und Gestik. Und dadurch wird die Arbeit etwas niederschwelliger und man kann die Jugendlichen irgendwie dort abholen, wo sie sich befinden und dann über das Theaterspiel dazu ermutigen, eben dann auch irgendwann sprachlich mutiger zu sein. Und am meisten Spaß haben wir, wenn wir ein Video gemacht haben. Und wenn wir alle zusammen sind. Es war schnell über Utopie auf Deutsch zu sprechen, weil das Thema sehr kompliziert ist. Und es war sehr schwer am Anfang und heute, das ist sehr gut. Ja, okay. Das Konzept zum Video-Workshop Polotopisch ist im Rahmen von 10 Jahre PASCH entstanden. Und zwar, weil wir uns mit Zukunftsfragen beschäftigen wollten. Und das Ziel war, Schülerinnen vom PASCH-Gymnasium hier in Kragujovac Reflexionsräume zu bieten, in denen sie sich mit Problemlösungen beschäftigen können und das auf künstlerische und kreative Weise. Und dann eben nach Lösungen suchen für Probleme, die sie im Alltag beschäftigen. Dabei sind vier Videoclips entstanden zu den Themen Umweltverschmutzung, Umgang mit sozialen Themen oder auch Mobbing. Und begleitet wurden sie von vier Medien- und Theaterpädagoginnen aus Deutschland, die sie eben pädagogisch, aber auch im Umgang mit den Medien begleitet haben. Und die eben noch dafür gesorgt haben, dass die Workshops auf Deutsch stattfinden, um eben den Spracherwerb und die Sprachpraxis zu fördern. Also PASCH-Projekt wurde von zehn Jahren von Auswärtiges Amt im Leben gerufen. Und PASCH steht für Schulen Partner der Zukunft. Und das heißt, dass alle Teilnehmer an PASCH-Projekten, die organisiert werden, bekommen die Gelegenheit, die Sprache, die deutsche Sprache zu verbessern auf eine kreative, interessante Weise, wobei auch andere Fähigkeiten dann verbessern können oder bekommen können. mechanisms Blessions-Projekt wird in Österreich ein Gemisch mit ihnen gesächtert werden, denn die Sprecher werden seine umgekehrt werden. Und das heißt, dass alle Sprecher Myers gefolgt wurde von 30 bis 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 30. Untertitelung des ZDF für funk, 2017